Hallo zusammen, mein Name ist Teóférez González und ich bin Kirchermusiker. Heute möchte ich euch gerne einen Komponisten vorstellen, nämlich Alexander Pierre-François Boilly. Boilly war ein französischer Komponist der Romantik, 19. April 1785 geboren, also heute quasi sein 237. Geburtstag und gestorben um 1858. Er erhielt ersten Unterricht von seinem Vater und danach am Pariser Konservatorium. Boilly war Musiklehrer und Organist. Sein Werk umfasst ca. 300 Stücke für Klavier, Kammermusik und natürlich auch Kirchermusik. Und jetzt spiele ich für euch das Stück Allegro Manum Tropo, Op. Axel Nr. 7. Musiklehrer 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020